Das wäre ja schrecklich, aber die Trefferwahrscheinlichkeit dieser Bauernregel liegt wirklich bei uns bei 70 Prozent, denn aufgrund der Atmosphären-Situation kann sich wirklich eine Großwetterlage stabilisieren. Aber man darf sich natürlich nicht nur das Wetter des heutigen Tages anschauen, sondern einen Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli und in den nächsten Tagen wird es bei uns sonnig und warm.